So, ich stehe jetzt hier irgendwo ziemlich weit oben. In China hier wurde auch Avatar gedreht bzw. diese Berge wurden als Vorbild genommen. Hier mit solchen Pflastersteinen sind hier alle Wanderwege ausgelegt. Aber irgendwie in die Berge, da geht kaum einer. Da gibt es noch so Mainwege. Hier geht es ewig tief runter. In den Main, also die Hauptwege, da treten sie sich tot. Da laufen so viele Leute mit ihren Feenschäden und sonstigen Sachen. Und hier oben, ich habe jetzt vielleicht in vier Stunden eine Handvoll Leute getroffen. Okay. 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 Okay.